Namaste und ich grüße dich von Herzen und ich freue mich, dass du wieder den Lichtbotschaften lauscht. Ich bin Daniel Janang und ich möchte dir heute wieder eine schöne Lesung aus dem Lichtweltverlag weitergeben, empfangen durch Jan Johannes Kassel am 4.2.2022 aus dem neuen Buch Befreiung, Seite 51 folgende. Ist auswandern eine Lösung, sei Baba. Göttliche Hilfe. Steigt ein in meinen Zug, kommt, nehmt euer Gepäck vom Kopf herunter und stellt es ab. Ich werde euch und euer Gepäck tragen. Jesus und sei Baba, Govinda, sei Verlag, Seite 126. Jan Johannes Kassel, ich glaube, mehr denn je sind wir heute auf diese göttliche Hilfe angewiesen, denn wie sonst können wir uns aus diesem Tollhaus herauskommen und lösen. Sei Baba, seid umfangen mit meinem Licht und geborgen in meiner Liebe. Ich bin bei euch alle Tage und alle Zeit. Du hast Fragen? JJK, ja, es ist einiges zusammengekommen in den letzten Wochen. Karl und ich außer Betrieb. Freundinnen geht es ähnlich. Könnte ich dazu einmal einen Überblick erhalten? Sei Baba, eure Gemeinschaft geht jetzt gemeinsam durch sehr intensive Transformationsprozesse. Jeder Einzelne wird auf eine neue Ebene von Verständnis gehoben. Zusätzlich wirken sich die derzeitigen äußeren Umstände stark auf euer Energiefeld und auf eure Wahrnehmung aus. Der Druck von außen steigt, nahezu täglich. Und das macht sich ab einem bestimmten Moment auch auf körperlicher Ebene bemerkbar. Wie lange noch? JJK, ja, und da bin ich schon bei der zweiten und für mich wohl wichtigsten Frage bei allem. Wie lange geht das noch so weiter? Ist Auswandern, solange es noch geht, eine Lösung für uns? Ich denke mir, dass auch Jesus Jerusalem verlassen musste. Trifft das derzeit für uns hier in Europa auch zu? Das ist eine Möglichkeit, die ihr eingehend prüfen solltet, sei Baba. Ihr steht unter dem Schutz Gottes und dem Schutz vieler aufgestiegener Meister und Erzengel. Es ist jedoch eure freie Entscheidung, wohin ihr euren Wohnsitz verlagert. JJK, aber sollen wir nicht hierbleiben und hier in unserer geliebten Heimat für den Umbruch sorgen? Sei Baba, die Karawane des Irrsinns zieht jetzt durch eure Länder. Dies kann in der Zeit so lange dauern, wie ihr nicht ausharren möchtet. Vor allem, wenn Kinder im Spiel sind, dann ist die Sicht auf die nahe Zukunft eine andere als ohne Kinder. JJK, ja, ich habe das gerade heute mit meiner Frau besprochen. Ich selbst würde es hier aushalten, mit den Einschränkungen irgendwie leben. Ich hatte ja schon ein erfülltes Leben. Aber die Kinder, ich sehe, wie sie leiden und fertig gemacht werden. Ich sehe, wie sie sich am Ende selbst zu total ängstlichen, anstatt zu mutigen und zuversichtlichen Menschen entwickeln. Jetzt die Frage aller Fragen. Wie lange wird das noch so weitergehen? Sei Baba. Erstens, wie viele Menschen wann Nein sagen. Zweitens, wie viele Menschen in welchem Zeitraum der verabreichten Gentherapie erliegen. JJK, ich merke auch, wie die Spaltung der Gesellschaft zügig voranschreitet. Die Geimpften beginnen die Ungeimpften langsam zu hassen. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Saibaba. Dieses Zeitkontinuum steuert auf zwei neue Zeitlinien zu, an denen sich die Welten trennen. Das ist das Wunder, von dem oft die Rede ist. Das Unvorstellbare, das euch bevorsteht. Aber wann? Saibaba. Die Entwicklung muss bis zum Schluss abgewartet und erwartet werden. Begebt euch ganz in meine Hände. Lasst euch führen und ihr werdet euch zur rechten Zeit am rechten Ort befinden. Und das kann überall auf der Welt sein. Der Frosch im Wasser JJK, ich hatte heute auch das Bild vor Augen, dass wir wie ein Frosch im Wasser gekocht werden. Wenn ich ein Jahr zurückdenke, wo waren wir da? Und wo sind wir heute? Vor einem Jahr war es völlig unvorstellbar, dass nur noch Geimpfte studieren dürfen, nur noch Geimpfte die Freizeitangebote nutzen dürfen und so weiter. Was wird von heute gerechnet dann nächstes Jahr sein? Mir graut davor, nur daran zu denken. Es wird, wie in vielen Botschaften verkündet, alles an die Spitze getrieben. Dann kommt die himmlische Intervention und die von Mutter Erde und Vater Sonne. Wir sind eine große Familie, eine Einheit im Geiste, das Licht der Welt, das von niemandem und durch nichts besiegt werden kann. Und auch wenn es jetzt sehr schwierig ist, fordernd und manchmal aussichtslos, bleibt im tiefen Gottvertrauen und in der Gewissheit, dass für jeden Einzelnen aus der weltweiten Licht-Welt-Familie gesorgt ist. Getragen von meiner Liebe bette ich dich weich, umfangen in meinem Licht bist du beschützt, immer da und ewig. Ich liebe dich unendlich, sei Baba. Epilog Während der Nacht beschäftigt mich das Thema Auswandern. Ich schlage per Zufallsprinzip im Buch Jesus und sei Baba eine Seite auf und mein Blick richtet sich auf folgenden Absatz. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. In Klammern MT,40 Tief berührt finde ich erst Stunden später einen erholsamen Schlaf. Und so danke ich dir und wünsche dir eine wirklich getragene, von Gott getragene, gute Zeit. Von Herzen Merci, bye bye, I love you, deine Daniel 3 3 4 Wie carp